Heute werfen wir einen tiefen Blick in die Zukunft der nächsten zwei bis drei Monate und speziell auf die Situation in Deutschland mit einem kurzen Blick auf andere Länder. Die momentane geopolitische Lage ist ziemlich angespannt und die Möglichkeit eines inszenierten Konfliktes mit Russland wirft natürlich viele Fragen auf. Viele Menschen haben mich gefragt und deswegen ist dieses Video entstanden. Ich werde also meine hellsichtigen Bilder mit euch teilen und da ist eine klare Botschaft enthalten. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass das Marana Festival vor der Türe steht und dass wir uns dort treffen, dass ich dort persönlich für euch da sein werde, dass ich Fragen beantworte und wir eine sehr große Heilung für uns selbst bekommen, eine Stärkung bekommen und ich auch Botschaften für euch natürlich überbringen werde. Ich freue mich schon sehr, euch zu treffen und es wird wunderschön. Und etwas ganz Besonderes haben wir arrangiert und zwar werden wir eine sehr, sehr gute Yoga-Lehrerin haben, welche für uns chantet. Sie wird Mantras chanten und das geht so tief. In mir sind die Tränen gekommen, als ich sie das erste Mal gehört habe und ich freue mich wirklich so sehr darauf. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also wer jetzt möchte, kann dann auch an einer Yoga-Stunde teilnehmen. Es wird Matten im Zentrum geben. Man kann natürlich auch seine eigene mitbringen. Das macht ihr so, wie ihr möchtet. Und natürlich Urna ist auch da mit ihrem tiefgehenden mongolischen Gesang. Es wird einfach so wunderschön werden. So und jetzt aber kommen wir ganz schnell zu dem wichtigen Thema, die Zukunft, die Aussichten für die zwei bis drei Monate. Ich möchte euch in erster Linie sagen, diese Botschaften, die ich euch überbringe, dienen der Information, sodass man weiß, was zu tun ist. Und vor allen Dingen auch, dass man gewappnet ist für diese krassen Fake-Nachrichten, die uns noch erwarten. Es ist nämlich jetzt nicht so, dass das, was wir die ganze Zeit hatten, das war ja auch sehr viel Unwahrheit, was uns da immer wieder vorgesetzt wurde. Es steigert sich kolossal und es ist noch mit viel mehr Angst gemischt, Angst von den Medien, also auch inszenierte Angst. Und dadurch haben diese gefakten Nachrichten nochmal eine tiefere Wirkung. Und diese Wirkung betrifft jetzt natürlich nicht alle Menschen. Menschen, die schon sehr bewusst sind, die also auch aus der C-Zeit gelernt haben und aus den letzten Ereignissen von den Kars, die hier auch inszeniert wurden, die sind gewappnet. Aber es gibt auch noch sehr, sehr viele Menschen, welche in große Panik geraten werden. Und das ist das Problem. Und das ist natürlich von der Gegenseite so gewollt, sie fahren dermaßen massive in Szenarien auf, um uns letztendlich in die Agenda hineinzudrängen, um uns letztendlich Dinge akzeptieren zu lassen, die wir in einem normalen Zustand niemals akzeptieren würden. Also bleibt insgesamt wachsam mit eurem Geist und glaubt am besten schon gar nichts mehr. Also es ist ja so, dass die Politik, man hat es ja gesehen, schon jahrelang jetzt, gar nicht das tut, für was wir stehen. Und dass wir dadurch völlig fremdgeleitet in irgendwelche Szenarien hineinkommen. Und jetzt ist es aber so, dass in den nächsten zwei Monaten, drei Monaten sich die Situation dermaßen zugespitzt hat, dass das, was man eigentlich erst fürs nächste Jahr vorausgesehen hat, jetzt schon so nah ist. Und das heißt also, man sollte immer wieder neu sich informieren, neue Deutungen oder Prognosen sich anhören, denn die Energien veränderten sich dermaßen stark, dass sich jetzt auch die Situation so verändert hat. Es sind insgesamt sehr starke Erwachensenergien unterwegs. Und diese Erwachensenergien betreffen uns alle, auch wenn wir schon sehr weit erwacht sind, wird da nochmal das Innerste in uns gerüttelt. Und vor allen Dingen die Menschen, die sich noch nie so richtig darum gekümmert haben, die werden sehr stark gebeutelt werden. Und die benötigen dann auch unsere Hilfe. Also ihr werdet sehen, es wird viel zu tun sein. Und gerade wenn diese Menschen, die jetzt da immer so oberflächlich sind, die sagen, ach na ja, ist ja alles gelogen, ich weiß, habe mich schon dran gewöhnt, die ereilt es dann in einem Maße, wie man gar nicht sich das vorstellen kann. Denn es wird eine immense Angstenergie aufgebaut werden in Bezug auf K, auf Europa und auch auf Deutschland. Und da dazu habe ich Bilder, hellsichtige Bilder erhalten. Und ich kann euch beruhigen, es wird kein K geben, auch wenn hier alles verrückt spielt. Es wird aber gefakte Nachrichten über K geben. Und das ist der Punkt. Und wenn dann die Menschen das hören, diese gefakten Nachrichten, sind sie sofort ganz tief in der Angst. Das ist ja auch verständlich. Das heißt also, gerade die Nachrichten, die jetzt in den nächsten Zeiten kommen oder die Meldungen, prüft das ganz genau, prüft das ganz genau. Und letztendlich werden wir feststellen, dass gar keine Angriffe getätigt wurden, weil uns gefakte Bilder und Filme gezeigt werden. Und das ist so eine Situation, die gab es eigentlich noch nie. Also es ist dieser Wachruf von so einer tiefen Angst, der aus so einer tiefen Angst und Verzweiflung hervorkommt, für die Menschen wichtig, dass sie das verstehen, dass man jetzt wirklich nicht mehr so weitermachen kann, so diese Oberflächlichkeit, das geht nicht mehr. Es ist unmöglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei der Stange bleiben, dass wir immer weiter im Vertrauen bleiben und die Friedensenergie sich ausdehnen lassen. Was allerdings sein könnte, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte, die aber auch inszeniert sind. Und es klappt bloß nicht, dass das immer einen wahren Hintergrund hat. Und aus dieser Situation, wenn man dann plötzlich sieht, es ist keine Ware mehr da, dann kommt ja auch so wieder eine Panik hervor, die aber auch inszeniert ist und gewollt ist. Also ich denke, wir haben alle zusammen so viel aus der C-Zeit gelernt, dass wir nicht mehr so leicht in diese Panik hineinkommen. Und deswegen ist dieses Video so wichtig, damit du verstehst, dass es hier alles Illusionen sind, die uns verkauft werden, aber eben ziemlich schlimme Illusionen, die uns wirklich in die Verzweiflung treiben sollen. Aber wir sind ja stark. Und wir wissen, dass wir mit unserer Einstellung, mit unseren Gedanken, das Licht aufrechterhalten können. Und zwar habe ich jetzt ein Bild bekommen. Und zwar sieht man da Deutschland, über Deutschland eine dicke Wolkendecke, so richtig Gewitterwolken. Und dann finde ich, fand ich in dem Bild, viele Lichtsäulen, die von Deutschland aus nach oben durch die Wolkendecke hindurch gingen. Und das zeigt uns, wenn ihr das Bild jetzt deutet, dass wir die Lichtsäulen, das alles stützen, dass diese Wolkendecke nicht auf Deutschland fällt. Das heißt also, es wird wieder vorüberziehen. Und wir werden glimpflich davon vorbeikommen. Wichtig ist es wirklich, im Vertrauen zu bleiben. Und das, was jetzt so gezeigt wird, diese ganze Wut, auch die in den Menschen ist und die jetzt da explodieren könnte, das ist etwas, was auch wiederum eine schwierige Lage provoziert. Und letztendlich aber braucht all dies hier einen Befreiungsschlag. Und auch der wird kommen. Also richtet euch einfach darauf ein. Ich habe auf Telegram mal ein paar Listen gepostet, was man alles tun kann. Natürlich kann jeder machen, wie er möchte. Also ihr müsst überhaupt nichts machen von dem, was ich sage, sondern es ist immer das eigene Gefühl, die eigene Intuition gefragt. Wie gehe ich jetzt mit den Infos um? Auch bei mir. Guckt, was euch antriggert, was ihr machen könntet oder was ihr nicht machen möchtet. Das ist ja alles freigestellt. Und ich habe also auf Telegram Listen von Lebensmitteln, die man haben sollte, könnte, je nachdem, wie man eingestellt ist, von homöopathischen Mitteln und auch von Heilmethoden, die man sich aneignen kann. Also und viele von euch haben ja Webinare schon bei mir gemacht. Und auch jetzt dieses neue Webinar über die Zeitlinienheilung ist ganz, ganz wichtig. Da schau mal drauf und vielleicht magst du dich ja noch anmelden, um dich auch da energetisch vorzubereiten. Denn je mehr Kenntnisse du über Heiltechniken hast, umso besser kommst du auch durch diese Zeit hindurch. Es ist einfach immer wichtig, wie du selbst dich aufstellst, um eben dann auch in Zeiten der Krise für dich gut sorgen zu können. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Länder schaue und das ist wirklich schwierig, weil ja die Situation ist ja nicht stabil, sondern sie ändert sich wirklich ganz, ganz schnell. Das heißt also, wenn wir, was ich im Moment sehe, ist Frankreich sehr gefährdet oder ja komplizierte Lage in Frankreich und auch in England. So die anderen Länder könnten, wenn sie das so erkennen, alle ganz gut durch die Zeit hindurch kommen. Es wird punktuell sicher Dinge geben, die jetzt weniger schön sind, aber es ist wichtig für uns alle, wirklich in der guten, positiven Energie zu bleiben. Und wer sich da gerne auftanken möchte, wer da Kraft braucht, wer da gerne was für sich tun möchte, der kommt bitte zum Smarana Festival, denn dort werden wir so viel Kraft auftanken und auch so viel Wissen und Hilfsmittel bekommen, dass wir die Zeit gut überstehen. Und wir haben ja auch die Aufgabe als Wichtarbeiter, viel zu helfen, viel zu tun und das werden wir, das werden wir auf jeden Fall. Und es ist gut, dass du heute hier bist, denn wir werden jetzt noch eine Botschaft hören über die Lage und wir werden uns da auch zusammen stärken können. Und ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel Freude beim Zuhören und dich fallen lassen. Ich sprühe mich jetzt noch ein mit der 909 und mit dem Auraschutz. Geliebte Herzensmenschen, Ich darf einen jeden Einzelnen heute aus den Tiefen meiner Seele voller Liebe begrüßen. Und es ist umso wichtiger denn je, dass wir zusammenhalten, dass wir uns in Liebe begegnen und uns gegenseitig unterstützen. Ein jeder von uns hat seinen bestimmten Weg, den er sich oder seine Seele ausgewählt hat. Und so befindest du dich auf deinem ganz persönlichen Weg, an deinem ganz persönlichen Ort, wo du wichtig bist. Dieser Ort gibt dir Kraft und Stärke. Und wenn du dich mit Mutter Erde verbindest, wirst du fühlen, dass du niemals alleine bist. Und so bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und mit diesem Licht zu verschmelzen. Es ist wie ein Geschenk, das dir über diese Liebe und dieses Licht von der geistigen Welt übergeben wird. Denn diese Energien werden dich festigen und stärken. Und so hören wir nun die Worte der geistigen Welt, die ich dir jetzt überbringen werde. Es sprechen die Luminäa-Engel zu uns. Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen, mit den Wellen des Lichtes umarmen wir euch und mit dem Segen des Lichtes laden wir jeden Einzelnen ein, unsere Worte zu hören. Und so freuen wir uns, dass gerade du heute hier bist. Wir die Luminäa-Engel bringen Heilung und Kraft auf die Erde. Und jetzt in dieser besonderen Zeit sind wir an deiner Seite. Und es ist so wichtig, wichtiger denn je im Vertrauen zu bleiben und sich auf seine eigene Wahrheit zu konzentrieren. Es ist so wichtig zu erkennen, dass das, was in deinem Inneren geschieht, auch im Außen geschehen wird. Und so bitten wir dich, dich regelmäßig energetisch neu auszurichten, dich zu reinigen und auf deine Herzensflamme zu konzentrieren. Denn nur so hast du genügend Kraft. Nur so wirst du gut durch diese Zeit hindurch kommen. Und nur so wirst du mit deiner Seele vereint, deine Aufgabe erkennen. Uns alle erwartet Großes. Und wir, die Luminäa-Engel, sowie auch alle anderen Engel und lichten Wesen des Universums, schauen gespannt auf die Erde. Und wir senden unsere Liebe zu euch, um zu unterstützen, um zu helfen. Denn das, was hier geschieht, ist etwas ganz Großes. Das, was hier geschieht, ist der Schritt in die neue Ära des Bewusstseins. Und all das, was geschieht, dient dazu, das Alte aufzulösen, um das Neue empfangen zu können. Und so seid in eurem Herzen bereit für dieses Loslassen und erkennet auch in euch, was ihr, was ein jeder von euch noch speziell loslassen könnte. Denn so seid ihr befreit und werdet umso mehr Licht empfangen und geben können. Die Zeit des Loslassens von vielen negativen Dingen ist jetzt, gerade jetzt. Und du, mein allerliebster Herzensmensch und ihr, ihr alle zusammen, die ihr heute hier seid, seid schon bereit, diesen wichtigen Schritt zu tun. Und so senden wir euch jetzt unsere Liebe und den Segen des Lichtes, um euch zu stärken. Und so genießt jetzt ein wenig noch diese wundervolle Energie, die wir euch senden, während wir uns von euch verabschieden. Und so genießt jetzt ein wenig noch und so genießt jetzt ein wenig noch und so genießt jetzt ein wenig noch Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018